und jetzt dürften wir auf jeden fall mehr schaden machen einer unserer energie generatoren wurde ein bisschen lediert wir nutzen der energie von der anderen um fertig zu werden machen wir es gut das wäre erledigt einmal verstärkung dann räumen wir mal hier die panzerknackers raus wo ist maverick da mach mal den nervigen pickup hier weg das da ist ein fall für maverick dieser rauch ist besiegt so maverick ist gerade unsichtbar zeigen wir es den offizieren die da noch weg da nehmen wir den punkt ein oh das da hinten sieht übel aus so einen nehmen was wie der in so einer kleinen kiste ankommt und dann einfach hier zugeschlagen sie haben uns festgenagelt das ist ziemlich zerstört ja nein nicht so nah an denen genau ja wir müssen nachher darüber den punkt einnehmen wir müssen nachher kommen naja gut die panzerknackers machen auch nicht so viel schaden hier wir müssen nachher kommen gibt den oberen mal ein bisschen speed power so das haben wir leer geräumt unsere festung schießt immer noch drauf wir können hier dass die vorräte mitnehmen so da drüben ist eigentlich nur ein lager aber das können wir trotzdem dann einnehmen noch ein panzer wenn wir schon so viel bevölkerung und alles haben manchmal noch ein panzer so ein orc predator gegen einen lieben was der zweite kommt auch gleich ich werde hier nicht aber schon wieder die heckpanzer umgehen so einmal troppen nachfüllen du reparierst den panzer und alles platt gemacht das liebe ich doch so drei gardisten trupps die gehen darüber ich habe hier mein eine schweres waffenteam das kann hier feuer und stück stück geben kannst du nicht mehr aufhören das ding ausschalten so holen wir uns die ressourcen hier ihr nehmt das ein so du fährst da hin ihr könnt nach da hinten mehr weg nach hier ne 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 die ne 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 warten auf befehle kommandant einsatzbereit ich rücke aus kommt in gang soll daten ja der große dacca gut die flanke ist von dem lieben was und meinem einschweren waffenteam geschützt und die hauptangriffs flanke ist von dem ganzen rest geschützt jo da kommt noch mal was ich glaube ich drehe dich mal in die richtung dass du die brücke auch im visier hast ja weil da kommen gerade panzer knackers und stick boys stickbombers na welcher generator wo ein einschaden auch auch brenz Merrick Weg mit dem blöden Gartenbott Gut Jetzt müssen wir nur noch Daisy töten Genau Weg mit dem Genau Weg mit dem Gut Ich rücke vor Ihr Läufer nimmt uns in die Mangel Befehle Kümmern wir euch mal um den Gartenbott Da sind sogar zwei von denen So meine Beine nehmen was Die übernehmen jetzt noch das Kleidvieh hier Da ist ja nicht mehr wirklich was besonderes So und dann Rückzug Wo ist Mein Sergeant Major Bei den ganzen Rest Zieh ich zurück Jetzt kommt nämlich das nette Spiel mit Daisy So Ja das ist Daisy Und dann ist ja Ich rücke die Schöne Ich rücke die Schöne Ich rücke die Schöne Die Schöne Schöne Die Die Ja, ich hoffe mal, du fährst jetzt genau gegen diese Fässer. So, holen wir uns mal ein bisschen Panzerunterstützung. So, mein Feldmarschall hilft zum Glück ziemlich viel aus und kann sich auch selber heilen. So, sollen wir mal mit den Wim-Wast-Panzern kurzzeitig das Feld? Oh. Ei. Ihr beide haltet euch mal weiter zurück. Dann pick ich schon mal meine Waffenteams raus. Ja, hoffentlich hat er genug Reichweite jetzt von da hinten aus. Ja. Ja. Bringt das Mavic zurück? Nein. Ja doch. Weil jetzt ist Daisy verwundbar. Das heißt, wir können jetzt voll Angriff machen. Ziemlich zerstört. Ah. Ah. Jetzt tut das explodieren. Ja. Jetzt tut das explodieren. Für den Imperator, Sir. Immer vorwärts. Sprengladungpack. Eine Waffe für die Inquisitorin, eine neue Rüstung und einen Flammenwerfer, den keine er braucht. So. Einmal Panzerabwehr-Kit für Gardisten. Und hier sind neue Verbesserungen für die Trupps verfügbar. Ist ja schon mal gut. Ich habe die Quelle der Übertragung auf Tiefen. Ja, das können wir mal kurz ignorieren. Das ist ja die nächste Mission. So. Du kriegst jetzt auf jeden Fall einen Liman-Was-Abwurf. Das ist nämlich sehr schön. So. Sie kriegt das bessere Schwert. Ist es auch besser? Äh. Pff. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Aber Schaden ist mehr oder weniger gleich. Also die Schadensboni. Äh. Also nö. Und du kriegst erstmal die Rüstung. Du kriegst die Rüstung. Dann kriegt sie die Rüstung. Die schmeißen wir mal weg. Du kannst nur vom Maverick eingesetzt werden. Äh. Äh. Dann würde ich sagen, kriegst du diese Spreng-Packs. Und du kriegst die Melter wieder. Und dann setzen wir dich auch wieder ein. So. Ein Level-Up für dich. Steigert mir wenig Schaden. Ja. Und das ist auf jeden Fall gut. Gewehr die Chance auf einen. Ja. Das wollten wir eh. Ich will ja seinen Artillerie-Hagel haben. Bei ihr verheizen wir mal den. Äh. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Melter Maverick geben soll. Oder ob ich ihn einfach verschrotten soll. Ich verschrotte ihn einfach so. Gut. Finde ich eigentlich sehr gut soweit. Warum auch immer die verstärkte Sentinel-Panzerung nicht freigeschaltet wurde. Als ich das letzte Mal dieses Pack verrecicelt habe. Vielleicht wird der Bug hoffentlich übergangen, wenn ich dann die Mission gemacht habe. Weil ich hätte schon gar die Sentinel-Verbesserung. Und dann hätte ich eigentlich gern noch die Lieben-Wass-Verbesserung. Wir haben ja noch ein paar Missionen übrig. Aber gut. Das war's erstmal wieder für heute für die Aufnahme-Session. Wieder zwei Missionen geschafft. Ich mache meinen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.